Willkommen in meinem Hellos-Kanal. Heute teile ich mein Video mit dem Namen, wie die Mole Auberginen gemacht werden kann, aber wie man in Eis lagern kann. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu sehen. Ich werde Auberginen bis zu 3 Kilogramm verwenden. Mehr als den Betrag, den Sie wollen. Sie können so viel wie Sie wünschen reduzieren. Nach dem Einbringen Ihrer Auberginen in ein geeignetes Tablett, lassen Sie uns vorgeheizt 200 Grad Ofen. Und wie Sie jetzt sehen, ist mein erstes Tablett aus dem Ofen. Ich schließe es sofort mit einem Streetschfilm. Und warte so etwa 10 oder 15 Minuten. Es wird gleichzeitig kühl sein. Sie können diesen Prozess mit Hilfe einer sauberen Tasche tun, wenn Sie möchten. Nach dem Schließen unseres ersten Tabletts, überprüfen. Sie unser anderes Tablett und verlassen Sie den Ofen. Und wie du jetzt sehen kannst, habe ich mein anderes Tablett aus dem Ofen entfernt. Sie decken die Batterie mit einer Streetschfolie in der gleichen Weise ab. Dieser Prozess ist wirklich wichtig. Es ermöglicht den Schalen viel bequemer zu schälen. Mutlacker tun diesen Prozess. In der Zwischenzeit, wenn Sie noch nicht abonniert auf meinen Kanal und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meine Videos bis zum Ende folgen. Bitte vergessen Sie nicht, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. Nach dem Schließen der Schalen oben, öffne ich es auf dem Tablett, das ich zuerst gekocht. Und ich fange an zu schälen. Ich bin sehr froh, wenn Sie eine Information über dieses Thema mit mir im Kommentarbereich teilen, wenn Sie eine Erfahrung haben. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie eine Blume, Bug oder Emoyen Kommentaren von meinen Freunden hinterlassen, die wieder hierher kommen. Ich will dir die Auberginen zeigen. Sie waren sehr nett. Es wird ziemlich komfortabel geschält. Ich bekomme meine Auberginen in eine Schüssel, die passt. Und ich beginne sofort mit dem Schälen. Nehmen wir zunächst den Wurzelteil der Patlika. Dann fangen wir an zu schälen. Ich will, dass du dich nahe zeigst. Sie werden auch sehen, wie bequem es geschält ist. Kann je nach der Vielfalt der Auberginen, die sie verwenden, variieren. Wir werden sicherlich den Dampfprozess tun. Wie Sie sehen, wird es in Minuten geschält. Wir schälen alle unsere Auberginen auf die gleiche Weise. Wie man sieht, ist es die Rinde. A sehr komfortable Methode. Ich habe Auberginen im ersten Tablett zusammengefügt. Ich wurde alle meine Auberginen in der ersten Schale geschält. Ich will, dass du dich nahe zeigst. Lassen Sie uns auf unserem anderen Tablett öffnen. Ich will alle deine Gedanken ohne Fragezeichen zeigen. Ich bekomme alle meine Auberginen an Bord, wie Sie sehen. Und ich schneide die Kopfteile mit Hilfe einer Klinge. Es ist eines der Rezepte, die ich in einer Fülle von jedem Jahr gemacht habe. Sie können dieses Rezept einfach versuchen, indem Sie mir vertrauen. Es ist ein vollständiges Rezept. Kein Problem. Wie Sie Auberginen im zweiten Tablett sehen können, schäle ich nach der Aufnahme der Kopfteile. Ich hatte keine Probleme. Sie können alle Ihre Auberginen in Minuten schälen, wie Sie können schälen. Ich habe jetzt alle meine Auberginen geschält. Und gehe sofort in den Prozess des Häckselns. I erhalten alle meine Auberginen auf dem Brett. Sie können Flaschen in der gewünschten Weise speichern oder füllen. Aber ich empfehle Ihnen beizutreten. Du kannst dich bereit machen. Diese Größe wird für mich ausreichen, wie Sie sehen. Es kann so viel wie Sie wünschen schrumpfen. Sie können so groß wie Sie wollen. Ich gehe nach meiner Ernte zu einem breiten Tablett. Ich esse nicht mehr alle meine Auberginen. Ich habe die Padlikans mit Hilfe eines Löffels ausgebreitet. Padlikans sind bereit warm. Ich füge sofort 1 Esslöffel Steinsalz hinzu. I mischen es wie folgt zum Schmelzen im Salz des Holzes. Wenn Sie Steinsalz mit Hilfe einer Luft schlagen wollen. Sie können zu Ihrem Gerät hinzufügen. I verwenden in der Regel Steinsalz in Winterrezepten. Einer der Gesundsteinsalze. Sie können auch Tischsalz verwenden. Nach dem Rühren bis zur Jeteri werde ich sofort Flaschen füllen. Ich habe etwas mehr gemischt als I am normal. Es war ein bisschen mehr Salz drin. Ich fange an, Flaschen zu füllen. Wie Sie sehen können, bin ich auf diese Weise zu reduzieren. I verwendet kleine Flaschen. Ein Weg. Sie können größere Flaschen verwenden, wenn Sie möchten. Ich empfehle Ihnen, kleine Flaschen zu verwenden. Nach wir müssen in 2 Tagen konsumieren. Dann füllen wir alle unsere Auberginen in Flaschen ohne Luftraum. Ich habe so eine kleine Flasche benutzt. Ich habe 1 Stück Halbgewichtsflaschen verwendet. Sie können die Flaschen, die Sie wollen, wie ich sagte, füllen. Wir kümmern uns um den Luftspalt im Inneren. I füllen alle meine Flaschen in einer Weise. Ich kann den Löffel drücken, wie Sie an der Stelle sehen können und die Luft auslassen. Ich konsumiere es nicht mehr. Ich habe jetzt alle meine Flaschen gefüllt. Wie Sie sehen können, fügen wir unser Olivenöl zu 1 Esslöffel auf allen Flaschen. Beginnen wir die Abdeckung sofort nach dem Hinzufügen von Olivenöl. Ich kochte die Deckel im Voraus mit kochendem Wasser und trocknete mit einem sauberen Handtuch. Let's steril und kümmern sich auch um neu zu sein. Schließen wir den Deckel und stellen ihn ein. Winter ist einer der wichtigsten Tricks, um es einfach zu halten. Schließen wir den Mund fest. Ich schließe den Mund des Ganzen. Wie Sie sehen können, nehmen wir unsere verbleibende Auberginen in unserem Tiefkühlschrank. Wie Sie sehen können, benutze ich auf diese Weise Kühlschranktaschen. Sie können die gewünschte Menge an Auberginen zu ihren gewünschten Taschen füllen. Du kannst alles schließen, was du willst. Wenn sie in der Lage sein möchten, können sie all diese Weise in Tiefkühler speichern. Ich fülle alle Auberginen in eine Serie. Es ist eine sehr praktische Methode. Dieser Blitheim. Du kannst dich mit Frieden des Verstandes verzehren. Sie können mit Ruhe des Geistes mit ihrer Familie konsumieren, wenn sie spezielle Einladung-Mahlzeiten wünschen. Ich schließe den Mund fest, nachdem ich die Luft reingezogen habe. Sie können die Luft direkt mit Hilfe von Pipette innen bekommen. Ich möchte ihnen sofort zeigen, nachdem sie den Mund der Taschen fest geschlossen haben. Ich entferne meine Auberginen sofort mit Schrank. Ich bekomme meine Auberginen, die ich mit Flaschen in einem Topf gefüllt habe, der geeignet ist, Flaschen umzukehren. Wir werden auf diese Weise Vakuumverfahren durchführen. Um im Winter bequem stehen zu können. I füllen das Wasser bis die Hälfte nach dem Aufsetzen in die entgegengesetzte Weise. Und sofort komme ich zum Oktob. Nach dem Kochen nach der Einnahme, lassen sie es auf diese Weise für etwa 20 Minuten kochen. Wir kümmern uns um ihren Mund zu eng. Ich koche jetzt genug und komme sofort vom Herd. Ich kann die gesundste und robustste Methode sagen. Ich kann die gesundste und robustste Methode sagen. I erhalten es in einem geeigneten Tuch und schließen es fest. Sie können am nächsten Tag öffnen, nachdem sie es schön schließen. Wir kümmern uns darum, es später an einem kühlen Ort zu halten. Auch wenn sie im Kühlschrank speichern, wird es schöner. Sie erhalten eine Chance für jeden, der ihnen sagen wird. To diskutieren in meinem nächsten Video. Welkommen!